So meine Freunde, da gehen wir mal endlich mal wieder seit Jahren durch die Stadt, ohne dass die ganzen Kids einen anlabern. Ich bin gespannt, ob mir einer die Verkleidung abkauft. Ich wechsle jetzt mal in eine andere Stimmlage. Ist klar, dass ich mit der normalen, bosshaften Stimme natürlich dann direkt erkannt werde. Da ist immer nicht klar. Insofern muss der Wienfried sich jetzt hier umstellen und auch ein bisschen gebückter den Gang machen. Also, da wollen wir mal sehen. Lassen wir die hübschen jungen Damen mal vor, nicht wahr? Das sieht auch lecker aus hier mit den Pommes. Das ist auch wunderbar. So, was haben wir denn hier? Ach, das ist aber schön mal wirklich mal in der Fußgängerzone bei schönem Wetter hier. Ich möchte schon fast sagen, Ruhm zu flanieren. So, junger Mann, im Turmbeutel ist ein Fußball drin. Sie sind Fußballer. Stürmer. In deinem Alter war ich Stürmer, Mittelstürmer. Jedes Wochenende zehn Tore geschossen. Nimm dir da mal ein Beispiel dran, junger Mann. Ja, die jungen Leute tragen die Fußbälle durch die Gegend, aber sehen aus, als würden sie jeden Tag dreimal bei McDonalds speisen.